Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was hast du denn? Was ist los mit dir? Ich racker wie eine Blöde und niemand bekommt's mit! Glaubst du, mir macht Spaß, sich mitzukriegen, wie die Kinder groß werden? Das denkst du, wie gern ich manchmal mit dir tauschen würde? Ist gut. Ich übernehme deinen Platz, du übernimmst meinen. Na schön, was soll ich machen? Bring Luis zum Kieferorthopäden. Morgen halb zwölf? Geht überhaupt nicht. Ich fahr sie. Ist ja gut. Sie sind da? Jetzt schon? Schnell, schnell, schnell. Hopp, los, hopp. Lauf, 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 Schatz, lauf! Ja, hab ich gesehen. Ja, ich komm schon, bin gleich da. Papa! Und du hast nicht das Gefühl, du hast sie irgendwo vergessen. Verdammt. Arjan, hör zu, warte. Also gut, ich mach's. Fassen wir zusammen, Tausch ihrer Rollen für die Dauer eines Jahres. Glücklich mit dem neuen Leben? Jetzt kann ich mich endlich ein bisschen ausruhen. Deine Seite ist jetzt die andere. Schatz, ich brauch die Autoschlüssel. Ich beabsichtige, eine strikte Gleichbehandlung einzuführen, M. Nika. Ah, ah, verdammt! Papa, wir haben kein Schokopick mehr. Und was ist das? Mmh, die sind viel besser. Ich hab mir da die Hirchen gezupft, das wird nicht so streng. Uh, 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 uh. Was hast du? Wachst dir nicht mehr nach? Wenn man's den Kindern erklärt, verstehen sie's schon. Und? Ihr wärst lieber, ihr würdet euch scheiden lassen. Tja, da hast du's. Ja, da hast du sie runter. Vielleicht geht's dir auf J apost. Nichts trotzdem. Tschüss. Nichts Curiosity.